Es gibt auch gute Nachrichten an diesem Freitag. Luca Waldschmidt bleibt unserer Eintracht treu, wird in den kommenden drei Jahren auch weiterhin für die Eintracht auflaufen. Luca, was hat denn den Ausschlag für die Eintracht gegeben? Ich habe ja gehört, es waren wohl auch viele andere Bundesligisten an dir interessiert. Ja, ich fühle mich einfach sehr wohl und ich denke, die Eintracht ist eine super Adresse, um auch die Jugendlichen oben anzubringen und ja, es freut mich einfach, dass ich hierbleiben darf.